Dieses Video zeigt Ihnen im Überblick, was Sie über die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes für die Grundrechtsklausur wissen müssen. Wie ich zu Beginn der Vorlesung Grundrechte schon gesagt habe, verletzt ein Gesetz Grundrechte nicht nur dann, wenn übermäßig in ein Grundrecht eingegriffen worden ist, sondern auch, wenn das Gesetz, das den Eingriff bewirkt oder gestattet, aus sonstigen Gründen nicht im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Vor allem muss das Gesetz in formeller Hinsicht verfassungsgemäß sein. Was heißt das? Formelle Verfassungsmäßigkeit. Im öffentlichen Recht wird zwischen der formellen und der materiellen Rechtmäßigkeit bzw. Verfassungsmäßigkeit unterschieden. Zur formellen Verfassungsmäßigkeit zählen ganz allgemein erstens die Einhaltung der Zuständigkeiten. Bei Gesetzen geht es vor allem um die Verbandszuständigkeit. Welche Körperschaft, Bund oder Land hat die Gesetzgebungshoheit? Zweitens zählt dazu die Beachtung des für den Erlass des Rechtsakts vorgesehenen Verfahrens und drittens schließlich die ordnungsgemäße Form des Rechtsakts. Bei Parlamentsgesetzen ist die Form kein relevanter Prüfungspunkt, also lassen wir sie hier beiseite. Zur materiellen Verfassungsmäßigkeit zählt hingegen alles, was nicht Zuständigkeit, Verfahren oder Form ist. Nicht jede verfassungsrechtliche Prüfung folgt dem formell-materiellen Muster, wie Sie im nächsten Trimester noch sehen werden, wenn wir die übrigen Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts behandeln werden. Für die Grundrechtskontrolle, die auch auf Basis einer dieser anderen Zuständigkeiten durchgeführt werden kann, sollten Sie aber zwischen formellen und materiellen Gesichtspunkten grundsätzlich dann unterscheiden, wenn es sich um eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde handelt. Nehmen Sie bitte das Prüfungsschema für die Verfassungsbeschwerde, das Sie schon kennen, zur Hand. Wir zoomen jetzt sozusagen in dieses Schema hinein, dorthin, wo von den Grundrechtsschranken die Rede ist. In Grundrechte darf durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Aber das Gesetz muss dazu auch in formeller Hinsicht in Ordnung sein. Ich behandle mit Ihnen hier zunächst nur die Grundzüge dieser formellen Verfassungsmäßigkeit, denn wenn Sie ein tieferes Verständnis entwickeln wollen, müssen Sie auch über die an der Gesetzgebung beteiligten Organe mehr wissen. Das aber gehört zum Staatsorganisationsrecht und ist damit dem nächsten Trimester vorbehalten. Beginnen wir mit Ihrem ersten Prüfungspunkt, der Zuständigkeit für die Gesetzgebung. Sie ist deswegen ein Prüfungspunkt, weil Deutschland nun einmal ein Bundesstaat ist und es zwei mögliche Gesetzgebungsebenen gibt. Bund und Länder. In einem Einheitsstaat wie Frankreich wäre das gar kein Thema. Die Zuständigkeit für die Gesetzgebung liegt nicht stets beim Bund. Sie kann, wie gesagt, auch den Ländern zugewiesen sein. Erlässt der Bund oder erlässt ein Land ein Gesetz, obwohl er oder es nicht zuständig ist und greift das Gesetz in Grundrechte ein, hat bereits die Unzuständigkeit eine Grundrechtsverletzung zur Folge. Wir behandeln das im zweiten Trimester im Detail. Im ersten Trimester müssen Sie wenigstens Folgendes wissen. Ausgangspunkt ist Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz, der eine Vermutung für die Gesetzgebungshoheit der Länder ausspricht. Die Vermutung wird überall dort entkräftet, wo das Grundgesetz dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Sie müssen also ermitteln, ob irgendwo im Grundgesetz dem Bund für die konkrete Materie die Befugnis zur Gesetzgebung zugewiesen ist. Dazu schauen Sie zunächst auf Artikel 73 und 74 Grundgesetz, die wichtige Kataloge mit Bundeszuständigkeiten enthalten. Aber Achtung! Der erste von Ihnen ist gar nicht abschließend, während der zweite immerhin so gut wie abschließend ist. Es handelt sich um zwei Kataloge, weil es zwei Typen von Bundeszuständigkeiten gibt. Zum einen die ausschließliche, gemäß Artikel 71 Grundgesetz. Hier sind die Länder nur kompetent, wenn der Bund sie ermächtigt, was jedoch kaum geschieht. Dies betrifft unter anderem den Katalog des Artikel 73 Absatz 1 Grundgesetz, neben dem es aber über das Grundgesetz verstreut, noch viele andere und auch wichtige ausschließliche Kompetenzzuweisungen an den Bund gibt. Zum anderen ist da die konkurrierende Zuständigkeit, gemäß Artikel 72 Grundgesetz. Hier dürfen die Länder eine Materie regeln, soweit und solange der Bund von seiner Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Dies betrifft, mit Ausnahme einiger für Sie nicht examensrelevanten Steuergesetzgebungszuständigkeiten, den langen Katalog des Artikel 74 Absatz 1 Grundgesetz. So weit und solange ist der magische Begriff. Hat der Bund also noch nichts geregelt, dürfen die Länder das ohne weiteres tun. Sobald der Bund aber eine umfassende Regelung der Materie vornimmt und soweit sie reicht, werden die erlassenen Landesgesetze verdrängt und die Länder dürfen insoweit künftig keine Gesetze erlassen. Viele Einzelheiten sind strittig, aber das wollen wir erst im nächsten Trimester vertiefen. Bereits jetzt möchte ich kurz auf die drei Untertypen der konkurrierenden Zuständigkeit zu sprechen kommen, aber ohne auf die Anforderungen näher einzugehen. Erstens gibt es die Zuständigkeit ohne Erforderlichkeitsprüfung. Der Bund kann die Gesetzgebung ohne weiteres hier an sich ziehen. Zweitens gibt es die Zuständigkeit mit Prüfung der bundesstaatlichen Erforderlichkeit nach Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz. Hier muss dargelegt werden, weshalb eine gesamtstaatliche Regelung durch den Bund erforderlich ist. Und drittens gibt es die Zuständigkeit zwar ohne Erforderlichkeitsprüfung, aber mit Abweichungsrecht der Länder nach Artikel 72 Absatz 3 Grundgesetz. Für die Einzelheiten verweise ich, wie gesagt, auf das kommende Trimester. Für sie genügt es vorerst, die Grundtypen der Gesetzgebungshoheit zu kennen, also die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, die konkurrierende Zuständigkeit und die ausschließliche Zuständigkeit der Länder, die sich immer dann ergibt, wenn die Grundregel des Artikel 70 Absatz 1 nicht entkräftet ist. Neben der Einhaltung der Gesetzgebungszuständigkeiten nach den Artikeln 70 folgende Grundgesetz ist für die formelle Verfassungsmäßigkeit auch ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren erforderlich, womit ich beim zweiten Pfeiler der formellen Verfassungsmäßigkeit angelangt bin. Auch das Gesetzgebungsverfahren ist in der Bundesrepublik komplexer als in einem Einheitsstaat. Zwar nehmen die Länder selbst nicht am Gesetzgebungsverfahren des Bundes teil, es gibt aber ein beteiligtes Bundesorgan, das die Interessen der Länder vertritt, den Bundesrat. Der Bundesrat ist mit Vertretern der Landesregierungen beschickt, die insgesamt 69 Stimmen haben. Die Zahl 69 müssen Sie sich merken, sie steht nicht im Grundgesetz. Der Bundesrat ist neben dem Bundestag das zweite Gesetzgebungsorgan des Bundes, aber er ist ihm nachgeordnet. Denn Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz bestimmt, dass die Bundesgesetze vom Bundestag beschlossen werden. Das Gesetzgebungsverfahren gliedert sich in mehrere Schritte. Holzschnittartig sind dies 1. Die Gesetzesinitiative gemäß Artikel 76 Grundgesetz, also das Einbringen eines Gesetzesvorschlags. 2. Der Gesetzesbeschluss des Bundestags nach Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Ab jetzt spricht man von einem Gesetz. 3. Das weitere Verfahren im Wechselspiel von Bundesrat und Bundestag, dessen Voraussetzungen in Artikel 77 Grundgesetz niedergelegt und in Artikel 78 Grundgesetz gut zusammengefasst sind. Wenn alle Anforderungen beachtet worden sind, spricht man vom Zustandegekommenen Gesetz. 4. Gibt es die Ausfertigung nach Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Ausfertigung ist die Unterschrift des Bundespräsidenten unter das Zustandegekommene Gesetz. 5. Verkündung im Bundesgesetzblatt gemäß Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, also Veröffentlichung des Gesetzestextes. 6. Und 6. Muss das Gesetz nach Artikel 82 Absatz 2 Grundgesetz in Kraft treten. Der Termin ist fast immer im Gesetzestext selbst festgelegt. Da wir uns in der Verfassungsbeschwerde nur mit in Kraft getretenen Gesetzen befassen, also Gesetzen, die tatsächlich ausgefertigt und verkündet worden sind, sind für die Fallprüfung nur die Gesetzesinitiative sowie das Geschehen in Bundestag und Bundesrat relevant. Auch dazu möchte ich Ihnen hier nur Grundzüge nahe bringen. Vertieft wird auch dies im nächsten Trimester. Erster Punkt. Gesetzesvorschlag, also Gesetzesinitiative. Das Recht, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, steht nach Artikel 76 Absatz 1 Grundgesetz, der Bundesregierung, dem Bundesrat und der Mitte des Bundestags zu. Mitte des Bundestags ist gemäß § 76 Absatz 1 Geschäftsordnung des Bundestags definiert, als 5% der Abgeordneten oder eine Fraktion. Auf die Probleme, die sich hierbei ergeben können, oder gibt es einige, gehen wir im nächsten Trimester detailliert ein. Als Appetizer und Vorschauer auf das nächste Trimester hier nur ein Klassiker. Darf die Regierung dem Parlament einen Entwurf zuleiten, damit dessen Mitte ihn als eigenen Text einbringen kann? Denn Vorlagen der Bundesregierung müssen nach Artikel 76 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz zunächst dem Bundesrat zugeleitet werden. Für Bundestagsvorlagen gilt dies hingegen nicht. Der Bundesrat wird also möglicherweise umgangen und das könnte einen Verfahrensfehler darstellen. Zweiter Punkt. Abstimmung im Bundesrat. Auf die Gesetzesinitiative folgt die Abstimmung im Bundestag, die mit dem Gesetzesbeschluss endet. Sie müssen dazu wissen, dass der Bundestag regulär 598 Abgeordnete hat. Praktisch sind es wegen Besonderheiten des Wahlrechts, aber stets deutlich mehr. Momentan über 700. Der Bundestag muss über das Gesetz beschließen. Und das natürlich mit einer Mehrheit. Was Mehrheit hier heißt, beschreibt Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz nur leider wenig verständlich. Praktisch heißt es, es muss mehr Ja- als Nein-Stimmen geben. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Auch spielt es grundsätzlich keine Rolle, wie viele Abgeordnete anwesend waren. Auch hier ein kleiner Ausblick auf wichtige Probleme. Die Beschlussfähigkeit zum Beispiel. Nach § 45 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundestags besteht sie nur, wenn die Mehrheit der Abgeordneten auch anwesend ist. Aber eine entsprechende Vorschrift mit Verfassungsrang existiert nicht. Womit sich die Frage stellt, wie es sich verfassungsrechtlich auswirkt, dass es zwar mehr Ja- als Nein-Stimmen gegeben hat, dass sie zusammengenommen, aber nicht einmal die Mehrheit der Abgeordneten abbilden. Dritter Schritt. Beteiligung des Bundesrats. Nachdem auch der Gesetzesbeschluss des Bundestags vorliegt, folgt die Beteiligung des Bundesrats. In ihm gibt es derzeit, das haben Sie sich hoffentlich gemerkt, 69 Stimmen. Was heißt das, Beteiligung des Bundesrats? Im verfahrensrechtlichen Sinne gibt es, abhängig von der Art der Beteiligung, zwei Gesetzgebungstypen. Einspruchsgesetze und Zustimmungsgesetze. Bei Einspruchsgesetzen hat der Bundesrat das Recht zum Einspruch, wenn er dies denn will. Der Einspruch ist eine Art Veto und kann vom Bundestag später wieder überstimmt werden. Zustimmungsgesetze sind hingegen solche, die nur in Kraft treten dürfen, wenn der Bundesrat seine Zustimmung positiv erklärt hat. Für den Einspruch, wie für die Zustimmung, ist dem Bundesrat die Mehrheit der Stimmen erforderlich, also derzeit 35. Werfen wir einmal einen Blick auf die Zustimmungsgesetze. Hier ist die Sache im Kern, allerdings leider nur im Kern einfach. Erklärt der Bundesrat die Zustimmung, kommt das Gesetz zustande. Lesen Sie Artikel 78, erste Variante. Eine Problemvorschau auf das nächste Trimester auch an dieser Stelle. Die Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes muss von Ihnen in der Klausur zunächst festgestellt werden. Dies ist keineswegs banal, weil die Gründe, die die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen, im Grundgesetz nicht so leicht zu finden sind. Eine weitere und mitunter tückische Frage ist, wie sich die Zustimmungsbedürftigkeit eines kleinen Elements des Gesetzes auf das gesamte Gesetz auswirkt und ob sie immer auch spätere Änderungen dieses Gesetzes erfasst. Schließlich kann sich auch herausstellen, dass der Bundesrat das Gesetz irrig für ein Zustimmungsgesetz hält. Kann dann die verweigerte Zustimmung in einen Einspruch umgedeutet werden? Für Einspruchsgesetze können Sie das legislative Programm allen Varianten des Artikel 78 außer der ersten entnehmen. Um zu verstehen, was mit alledem gemeint ist, müssen Sie Artikel 77 parallel dazu lesen. Ich will die Anforderungen hier einmal negativ formulieren, weil das näher an der Art ist, wie Fälle gelöst werden. Wir suchen ja immer nach den pathologischen Momenten. Wann also kommt das Gesetz nicht zustande? Üblicherweise dann, wenn der Bundesrat ordnungsgemäß Einspruch eingelegt hat und wenn der Bundestag diesen nicht überstimmt bzw. nicht zurückweist. Bei alledem kommt noch der sogenannte Vermittlungsausschuss ins Spiel, der sich aus Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats zusammensetzt. Auch diesen lernen Sie erst im nächsten Trimester näher kennen. Werfen wir zum Abschluss noch einen genaueren Blick auf das eigentliche Einspruchsverfahren. Damit der Einspruch wirksam erhoben werden kann, muss der Bundesrat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz vor dem Einspruch innerhalb von drei Wochen den gerade schon erwähnten Vermittlungsausschuss anrufen. Nach dem Vermittlungsverfahren kann er gemäß Artikel 77 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz Einspruch erheben, wofür ihm nur noch zwei Wochen zur Verfügung stehen. Verpasst der Bundesrat eine der Fristen oder erhebt er bewusst keinen Einspruch, dann kommt das Gesetz zustande. Liegt ein Einspruch vor, kann der Bundestag ihn überstimmen. Die Einzelheiten regelt Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz. Was dafür nötig ist, den Einspruch zu überstimmen, hängt davon ab, wie groß die Mehrheit im Bundesrat war, die für den Einspruch gestimmt hat. Lag die Mehrheit im Bundesrat unter zwei Dritteln, also zwischen 35 und 45, dann muss der Bundestag ihn mit der Mehrheit seiner Mitglieder zurückweisen. Mehrheit der Mitglieder ist nach Artikel 121 Grundgesetz die Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl. Das ist die Zahl, die der Bundestag nach dem geltenden Wahlrecht, dem Bundeswahlgesetz also, jeweils hat. 598, 600, 700 oder unwahrscheinliche 800, je nachdem. Beachten Sie, diese Mehrheit muss sich für die Zurückweisung des Einspruchs aussprechen. Eine Enthaltung zählt also hier nun wie eine Nein-Stimme. Ist der Einspruch des Bundesrats mit zwei Dritteln, also wenigstens 46 Stimmen, beschlossen worden, dann ist im Bundestag über diese Mehrheit der Mitglieder, von der ich gerade gesprochen habe, gleichzeitig noch eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden erforderlich. Das zweite Erfordernis verweist jetzt aber wieder auf die Mehrheitsregel des Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, bei der Enthaltungen keine Rolle spielen. Im Klartext heißt dies, dass die Zahl der Stimmen, die auf die Zurückweisung des Einspruchs entfallen, wenigstens doppelt so groß sein muss, wie die Zahl derjenigen, die gegen die Zurückweisung sind. Soweit unser erster Einblick in Gesetzgebungszuständigkeiten und Gesetzgebungsverfahren, soweit sie für die Grundrechtsprüfung untersucht werden müssen. Auf Wiedersehen und weiterhin viel Erfolg!